so das haben wir ihn angemacht und nun können hier rein reminder all wheat and barley should be stored in a subterran keller for good for storage ah wheat can be stored up to nine months pending moisture three grains should be taken to the keller immediately for winter storage cooling the grain ensure insects humane domain and minimize mold grow oh man muss man was trinken ok schön jetzt ist alles schön dunkel hier sind wahrscheinlich so weinfässer keine ahnung knarrt was wer ist hier hier noch eine notiz ein bild wahrscheinlich auch wieder von einem charlie aber was heißen wir da sehen wir da seine charlie mit seinen eltern und charlie ist vielleicht auch dieser vermisste junge oder hier kommen wir raus sieht schon schön aus hier so der himmel und so hat schon eine schöne atmosphäre was ist denn das hier eigentlich so ein baumhaus nur ne da komme ich rein wahrscheinlich hat da der charlie früher gespielt vielleicht mit seiner schwester glaube der hat eine schwester wenn ich es richtig verstanden habe ich habe den schlüssel ach genau wir haben auch so ein schloss vorhin gefunden waren das schloss jetzt noch mal ach das tor genau wir hatten ja so ein tor hier so oha giftiges zeug und ätzendes zeug und brennbares oha ach ja das wurde wohl dann angezündet das haus hier abgefackelt ach so genau da ist ja das tor was zur kirche geht waren wir da müssen jetzt wohin mal in chat gucken wieder nix hakt es denn immer noch sehr im chat im stream ok dann versuche ich mal zu dieser kirche zu kommen oh man jetzt schon gleich richtig dunkel also bei mir hat nichts aber ich kann ja mal die seite neu laden einen moment das ist alles in ordnung ok so ja es ist schon richtig dunkel jetzt und ja das heißt dass wohl bald bestimmt der slenderman kommt ich kann ja mal die seite neu laden einen moment das hört sich ja echt nicht gut an hier sehr vertrauenserweckend so dann mal zur kirche vollmond ok hier haben wir ein paar gräber aber das haben die echt so eine eigene kirche auf ihrem grundstück so dass da ja nur die für die eigene familie von den vorfahren oder wie ok henry highes highes von 1824 bis 1902 lawrence madison 1834 bis 1894 margaretten messen ok marschall messen oder messen und normen messen wenn ich das so richtig ausgesprochen habe ok dann wollen wir mal was beichten gehen oder beten gehen ok ah was der slenderman alter alter wird er mir jetzt den gottesdienst halten oder was alter da hat er die tür einfach zugemacht ok oh man dann i seek only salivations for myself and my family from that demon sent to torment torment my life i brought the devils ways up upon my family i did this i went searching for the demon this demon i brought him into our lives i involved glaube ich oder i keine ahnung his arrival how could i have been so blind as to manifest such evil how could i have been so blind as to manifest such evil why could i not let old legends die i alone should bear this burden why must my grandchildren suffer for my imprudence they will never come home that arch friend has them now we all must pierce this burden we must all repent for our ignorance and rid this word of the demons for good the noun even shall confences evil never gain it dies with us may the fire cleans our souls and burn our sins Friedrich Masons also sozusagen die Frieda also die Oma wohl von den Charlie wenn ich das jetzt richtig verstanden habe also jedenfalls die die Urenkel äh die müssen das ausbahnen was die da wohl herbeigerufen haben heraufbeschwört haben diesen Dämon und die haben halt wohl gehofft dass die wenn ich das richtig verstanden habe da äh besser gesagt richtig kombiniert habe haben die wohl gedacht wenn die sich alle in dem Haus wohl verbrennen dass denn der Dämon mit ihnen stirbt aber das ist ja nicht passiert oh hier haben wir eine Puppe took a shaltoy ok nimm mir mal die ganzen Spielsachen oh oh al oh Entschuldigung hab ich dir deine Spielsachen weggenommen nein alter so jetzt hat sich das gehangen so na gut dann versuche ich es nochmal bin mal gespannt von wo aus ich denn jetzt starte hier ah ok von hier wie darf ich die Spielsachen nicht aufheben oder wie oh das Dämon ok der ist nur kurzzeitig da warte warte ich lass die Spielsachen erstmal liegen und guck nochmal hier rum ob es noch was anderes gibt ok die Tür geht wirklich erst auf wenn ich die Spielsachen eingesammelt habe ok ok das ist Walter Messens Maze Angels Guide through your home hm ok nehmen wir mal die Spielsachen jetzt ok da kommt jetzt hier dieser Walter Mason oder? oh oh kommt er hier lang oh schnell lauf 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 dann kann ich schnell hier raus dann renne ich mal auf mich lässt er mich in Ruhe ok er ist nicht hinter mir her wo man ja schade dass ich jetzt Zuschauer verloren habe weil der Stream anscheinend gehakt hat hm tut mir leid aber ich hoffe ihr seht das dann nochmal hier auf YouTube dann ah ok sieht auch hier alles so verbrannt aus oder? alter hier alles voll mit Bildern von der Kriege von dem Slenderman oder und so Verzweiflung warum ist das denn das jetzt auf Deutsch? ok ja aus der Verzweiflung heraus haben die das versucht anzuzünden oder abzufackeln hier das Böse ja die haben anscheinend irgendwas heraufbeschworen und haben es halt nicht unter Kontrolle mehr gehabt ok ich höre Schritte kann ich die Sachen mir also angucken wenn ich hier kann ich nur vom Mainmenü aus ne das ist auch nicht so schön gemacht wenn man dann erstmal ins Mainmenü muss und dann ach das ist ja auch na gut hm na gut was haben wir hier but it's but it's but it's more or less the same as it's always been maybe tomorrow Maggie father is making us pray again tonight äh it'll do not good it's ähm am besten ihr liest das mal selber weil das ist echt schwierig zu lesen finde ich hm hm naja hä die Steuerung ah nein was ist das denn jetzt Maus geht jetzt nicht einen Moment ah Gott sei Dank gut dearest Frieda äh saw my heart still pains for your missing children children I fear for you for your health my sweet sister you mustn't worry your mind with Zeus twisted tales of our just you know as real as I say were merely tales to keep us all in good behavior if only mother knew what Zeus silly legends would do to go so I have no recollections of the one your mention was it from one of mother's book you took with you I wish I were with you and you know in your time of need razor then within my days all away alone I wish you will well and ocean away may my thoughts and prayer reach you ok 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 gehts runter ja ich glaube dann muss ich nur hier runter ah alter das ist ja schon wieder dann geh ich gleich mal nein ach come on so ich habe wieder einen neuen Zuschauer hallo und willkommen hier bei slenderman aber die Zeit ist gleich vorbei so ok dann nochmal verzweiflung ja kenn ich da da ok haben wir ja schon angeguckt ok dann gehe ich mal hier runter und muss dann halt schneller laufen ne ok dann renne ich mal jetzt einfach mal oh man oh man ich weiß noch nicht wie weit ich nein jetzt hat er mich schon was was nun hat er mich doch noch bekommen oder wie ok ok ah dann endet das video achso das video hat dann ist dann hier geendet er ist wahrscheinlich da gestorben oder wie der das hier aufgenommen hat dann haben wir noch ein zweites video ok dann gucken wir mal das zweite video noch mal wer ist das hm so die Zeit ist um und dann werde ich dann auch mal für heute hier Schluss machen und ja, wie gesagt, ihr könnt das dann alles sehen auf meinem YouTube Channel und dann werde ich dann wahrscheinlich vielleicht in ein, zwei Wochen dann weiter streamen je nachdem wie viele Folgen das jetzt werden okay na gut, jedenfalls schönen Dank, dass ihr mit dabei wart ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und habt euch ein bisschen gegruselt aber scheinbar hat der Stream ein bisschen geleckt naja aber trotzdem wünsche ich euch dann mal noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal euer Inselgamer, tschüssikowski